Lian! Lian! Dir geht's gut? Ja, ja. Danke, Tanny, dir geht's gut. Entschuldigung, ich wollte euch nicht von... Ich biege um die Ecke. Und... Der liegt da, ganz allein, da... Also was, also was war's nun, ein Unfall? Meine Helle! Was denn, ich frag doch nur... Ich habe gesagt, es war kein Unfall. War, aber nicht. Lieber, du hast es nicht gesagt. Es war kein Unfall. Schau mich an, schau dich an. Von wem ist dieses Blut? Das hängt es hin. Du kriegst eins von Danny, oder nicht Danny? Ja klar, nimm einfach irgendeinen einzigen. Welches du willst? Danke, Danny. Danke. Wär's dir manchmal lieber, sie hat nur uns getrennt. Mach ich dich und Danny kaputt. Das ist ein Quatsch, Lian. Bin ich ein Gift? Lian. Krebs, ein Krebsgeschwür? Du bist kein Krebsgeschwür. Ich bin ein Gift. Ein Krebs, Krebsgeschwür. Du meinst Lügen? Ja. 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 Die Polizei. Ja, natürlich die Polizei. Wen denn soll das? Gott! Das ist... Das ist schwerwiegend. Das ist sehr, sehr schwerwiegend. Ja, das ist sehr, sehr schwerwiegend. Also kannst du dich jetzt bitte mal entscheiden, wie viel dir deine Familie bedeutet? Hilfst du uns? Ja. Wie hättest du's gern, du kleiner Scheiß? Machst Leute platt, die mir wichtig sind, die mir T-Shirtlein aus der Wäsche, aber trotzdem. Und ich brüll ihn an und ich krieg ihn zu fassen. Schlag ihm, hab ihm ins Gesicht, brüll ihm in die Fresse. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, die Menschen zu bedrohen, die ich... Er... Er ist noch da. Gefesselt. Voller Angst. Voller Blut.